Herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Schön, dass Sie dieses Video eingeschaltet haben. Wir haben heute für Sie was Besonderes vorbereitet und zwar die neue Optik der Omicor Goldbarren. Und ja, was es damit auf sich hat und was sich die Firma Omicor dabei gedacht hat, das werden wir Ihnen jetzt in dem Video genauer erklären. So meine Damen und Herren, hier sehen Sie dann von der 5 Gramm über die 10 Gramm bis zu 20 Gramm und hier dann sogar in die 1 Unzengröße die neue Optik der Valkambi Goldbarren. Und zwar ist diese Optik zwischen einem Gramm und 100 Gramm so bei uns im Onlineshop neuerdings erwerbbar. Sie sehen jetzt auch überall die neuen Bilder. Diese Safe Certified Sustainable Card nennt die sich, hat die Formate von einer Checkkarte. Also das heißt, die passt im Prinzip in jedes Portemonnaie, was aber nicht bedeutet, dass jedes Steckfach diese Karte auch annimmt, weil die Barren, speziell in der Unzenvariante und in der 20 Gramm Variante, stehen leicht über, sodass sie nicht perfekt ins Portemonnaie passen. Aber von der Größenordnung haben Sie so zumindest mal eine Orientierung. Diese Barren wurden in diese Checkkartenformate deswegen gebracht und auch in die neue Optik mit neuem Sicherheitsmerkmal. Ich drehe jetzt gerade mal den Barren um, dass Sie sehen, was der für ein Merkmal mit sich bringt. Und hier haben wir den einen Unzenbarren nochmal von der Rückseite. Die sehen von der Rückseite her alle so aus. Die sehen hier auf goodgold.com eine Webseite, wo Sie genaueres nachlesen können. Und zwar garantiert Umikor, dass das Gold, das hier verwendet wird, aus ethisch einwandfreien Quellen stammt, was ja oftmals auch schon eine Diskussion war. Und hier sehen Sie ein Hologramm. Das spiegelt jetzt hier etwas. Und dieses Hologramm ist auch nochmal ein Sicherheitsmerkmal, das den Barren einfach einen Tick fälschungssicherer machen soll. Also diese Barren-ED an sich kam daher, dass die Umikor-Barren bis dato immer nur in einzelnen Blisterverpackungen geliefert wurden, ohne Echtheitszertifikat. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, Sie sehen jetzt hier die 6430, noch eine sehr kleine Seriennummer. und entsprechend hier außen die A006430 auch nochmal auf der Blisterkarte, was einfach Fälschern vorbeugen soll. Gerade deswegen, weil jetzt die Verpackung sich geändert hat, sind von diesen Barren auch nahezu keine Fälschungen im Umlauf. Natürlich beziehen wir die Ware direkt über die Hersteller und wir können die Ware damit auch mit gutem Gewissen verkaufen, denn wir prüfen die Ware trotz dessen, dass wir sie beim Hersteller gekauft haben, nochmal beim Ein- und beim Ausgang auf Echtheit mit Hilfe von der Röntgenfluoreszenz-Analyse. Das heißt, bei einem seriösen, zertifizierten Händler wie bei uns können Sie sicher sein, dass diese Barren jederzeit auch in einem Picobello-Zustand sind und dass Sie die auch jederzeit wieder ohne schlechtes Gewissen verkaufen können. Die Größen, die wir Ihnen hier zeigen, zeigen wir deswegen, weil das die Bestseller sind, also sprich 5 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm und die Unze sind die Barren, die am häufigsten verkauft werden. Was es zu dem Hersteller Omicor zu wissen gibt, Omicor ist eine Firma, die ihren Hauptsitz in Belgien hat. Allerdings gibt es mittlerweile auch in Deutschland zahlreiche Niederlassungen von dem Hersteller. Früher war es so, dass die schöne Edelmetalle BV diese Barren produziert hat. Omicor hat auch lange Zeit dann mal laut Angaben, die so in Händlerkreisen kursieren, für die Firma Degussa produziert. Mittlerweile produziert die Firma Degussa, die ja auch eigene Barren produziert, nicht mehr diese Barren dort, sondern in einem anderen Land. Aber Omicor hat einfach eine sehr lange Tradition, gerade deswegen, weil die Goldbarren schon so lange am Markt sind, ist dieser Name auch entsprechend bekannt, dass Sie diese Barren jederzeit auf der ganzen Welt auch wieder verkaufen können. Das heißt, die Barren sind LBMA-zertifiziert und die Barren lassen sich damit überall bei jedem Händler und bei jeder Bank wieder verkaufen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen einige wertvolle Informationen geben konnten. Und wenn Sie jetzt Fragen zu diesen Barren haben oder vielleicht auch mal einen dieser Barren erwerben möchten, dann rufen Sie uns gerne unter unserer Bestellhotline an. Die wird Ihnen auch am Ende des Videos nochmal eingeblendet. Vielen Dank! Wir hoffen, Ihnen gefällt die neue Optik genauso gut wie uns. Und ja, gerade die Omicor Goldbarren werden ja immer etablierter am Markt. Deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie mal bei uns im Onlineshop vorbeischauen und sich einen dieser Barren genauer ansehen oder vielleicht sogar Interesse haben und die Barren bei uns bestellen. Das geht auch telefonisch unter der 07930 2699. Dort erreichen Sie mich, Dominik Kettner oder auch meinen Vater Jürgen Kettner. Ansonsten lassen Sie uns einen Daumen hoch hier. Schreiben Sie uns Ihre Ideen, Anregungen und Fragen gerne hier unten in die Kommentarfelder. Und wenn Sie nach einem Link suchen, finden Sie den hier unten in der Infobox. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Video.